Was geht ab leute Sane ist wieder da mit dem Kapitel Review zu One Piece Kapitel 930 und ich kann euch versprechen die Wartezeit hat sich gelohnt, denn dieses Kapitel ist einfach nur Hiiii. Zuallererst sehen wir Zorro und Tonoyasu wie sie in Tonoyasus Heimatstadt Ebisu ankommen und die Bewohner dieser Stadt sind alle irgendwie etwas seltsam. Dazu muss man wissen Ebisu ist eine Randstadt von Wano Kuni ist dementsprechend auch ziemlich arm, sie können sich kein Essen leisten, sie können sich kein sauberes Wasser leisten. Aber im Gegensatz zu den Leuten z.B. aus Okobre lachen sie die ganze Zeit, die sind alle nur am Grinsen, jeder einzelne Bewohner. Sie haben eine verdammt coole Einstellung, denn sie sagen sich klar wir sind am früh hungern uns geht's scheiße, aber wenn wir heulen kriegen wir auch kein Essen, also können wir auch einfach lachen und das Leben nicht so verschwenden. Muss man auch erstmal schaffen, dafür wirklich einen dicken fetten Respekt, wirklich. Sie schaffen es sogar, dass Zorro mal grinst, auch wenn das eher mehr etwas gezwungen ist als wirkliches Grinsen, aber hey immerhin, wie oft haben wir Zorro in One Piece schon grinsen sehen, da sind wir froh über jedes einzelne Lächeln, ich meine ich wusste nicht mal, dass er Zähne hat, ja ok doch wir haben es ja schon mal gesehen, aber trotzdem ihr wisst, was ich meine. Was ich mir auch gut vorstellen kann und zwar könnt ihr euch noch daran erinnern an die kleine Toko glaube ich hieß sie, die kleine Dienerin von der Kortesane Momorazaki, die hat ja auch immer, obwohl es ihr eigentlich nicht so gut ging bzw. dass sie schlecht behandelt wurde, hat sie trotzdem die ganze Zeit gegrinst. Deswegen gehe ich mal davon aus und lehne mich weit weit aus dem Fenster, aber dieses Mädchen kommt doch sicherlich aus der Stadt Ebisu. Was ich auch noch sagen wollte, das hatte ich schon mal vor ein paar Videos gesagt und zwar wenn wir uns Tonoyasu nochmal genauer anschauen, ich finde immer noch, er hat eine verdammte Ähnlichkeit mit dem Jogun Orochi. Keine Ahnung ob nur ich das finde, wenn ihr der gleichen Meinung seid oder eine komplett andere Meinung, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren ob ich der einzige auf der Welt bin der irgendwie denkt, dass diese zwei so eine gewisse Ähnlichkeit miteinander haben. Also ich glaube wirklich, da wird es noch wirklich eine Verbindung geben. Vielleicht kommt Orochi selber ja aus der Stadt. Wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall, die Leute, die Bewohner aus Ebisu erzählen, dass in der Geisterstunde ein mysteriöser Mann auftaucht und plötzlich Geld liegen lässt. Deswegen konnten sie sich endlich mal sauberes Wasser leisten und haben dies auch gleich Zorro angeboten. Komisch ist an der Sache, Zorro hat das Wasserglas erstmal sehr sehr seltsam angeschaut. Hat er sich jetzt einfach nur gefragt, sie geben ihr Wasser mehr oder steckt er da vielleicht möglicherweise mehr dahinter? Komisch. Und wer ist denn dieser mysteriöse Unbekannte, der einfach mal Geld liegen lässt? Das heißt, er beklaut die Reichen und bringt es den Armen, so ähnlich ein Samurai Robin Hood. Könnte es sich dabei vielleicht um einen der zwei bis dato noch vermissten Samurai handeln, die Kinemon sucht? Auch das wird sich sicherlich noch aufklären. Und dann, haltet euch fest. Wenn ihr jetzt gerade nicht sitzt, setzt euch hin, damit es euch wirklich vom Stuhl hauen kann. Und zwar, eine gewisse Person ist in Wano Kuni aufgetaucht. Und es ist niemand anderes als Charlotte Lin Lin aka Big Motherfucking Mom. Ja, sie hat es geschafft. Sie ist den Wasserfall hoch, hat sich so ein paar Karpfen gekrallt und ist mit ihrem Schiff einfach mal in Wano Kuni, ja so halbwegs gelandet. Aber das erkläre ich euch gleich noch. Ähm, Kaido hat das Ganze natürlich mitbekommen. Es läuft nicht alles an ihm vorbei. Und er hat seine Leute dazu angehalten, dass die Big Mom Schiff doch bitte attackieren sollen, denn Big Mom soll nicht in Wano Kuni ankommen. Ja, Kanonenkugel gegen ein Yonko. Ist eine verdammt gute Idee, Kaido. Also so soll das Big Mom ein bisschen besser einschätzen können, oder nicht? Naja, wie man es auch schon denken könnte, die Kanonenkugeln bringen nicht viel. Und Big Mom steht so kurz davor, oben am Wasserfall in Wano Kuni anzukommen. Aber nicht ganz. Denn es passiert nochmal etwas Hype mäßiges. Und zwar, Big Mom wird aufgehalten von niemand anderem als The Man Himself, dem einzigartigen King. Ja, King kommt, hält die Big Mom-Bande auf. Und zwar, indem er sich in einen riesigen Terranodon verwandelt. Das ist ein Flugsau. Ihr kennt sie sicherlich noch aus Filmen wie Jurassic Park oder euren kleinen Kinderbüchern von damals. Und zwar ist King der Besitzer der Drachen-Drachen-Frucht-Modell Terranodon. Und das ist wirklich extrem strange. Also bisher haben wir alle gedacht, dass King eine mythische Sohren-Teufelsfrucht hat. Aufgrund seiner schwarzen Flügel, aufgrund der Flamme, die er im Rücken hatte und solche Sachen. Und jetzt stellt sich heraus, auch er hat eine antike Sohren. Ich meine, jetzt haben wir bei den drei Desastern schon zwei antike Sohren-Teufelsfrüchte. Da ist halt die Frage groß, hat Queen auch eine Antike Sohren? Ist er auch ein Dinosaurier? Ich meine, viele Möglichkeiten gibt es da an sich nicht mehr, wenn die sich ein Theme teilen sollen. Wer meine Videos öfters mal anschaut, der weiß ja, dass ich mir überlegt hatte, dass es eben die Skorpion-Frucht sein könnte. Das Bild ist hier oben ziemlich hinfällig. Ja, sind wir mal gespannt. Was auch ganz komisch ist, trotz seiner Terranodon-Form hatte immer noch diese Flammen am Rücken. Das heißt, diese Flammen gehörten wirklich ihm und waren nicht einfach nur eine Fackel, die zufälligerweise hinter ihm stand. Da checke ich nicht ganz durch. Woher sollen denn diese kommen? Ich meine, also wir haben noch keine Saison Teufelsfrucht erlebt, die in irgendeiner Form ein Element beherrschen konnte. Ich meine, klaro, wir haben hier die mythischen Teufelsfrüchte, die halt eben dann Schockwellen aussenden können, wie Sengok der Buddha oder halt eben Marco mit seiner Phönix-Frucht, der natürlich komplett aus Flammen besteht. Aber eine Antike Sohren-Teufelsfrucht, die in irgendeiner Form ein Element beherrscht, finde ich etwas seltsam. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass diese Flamme eher was mit seiner Herkunft zu tun hat oder mit einer anderen Art von Fähigkeit, die er sich beigebracht hat. Ich glaube nicht, dass das durch die antike Sohren Teufelsfrucht kommt. Wäre dann doch irgendwie ein bisschen schwierig zu erklären, warum ein Terranodon auf einmal brennen kann und Flammen hinter sich hat. Wenn das nicht gerade in irgendeiner Form aus einem Godzilla-Film angelehnt ist. Ich meine, ich glaube einen Terranodon gab es auch bei Godzilla als Gegner. Hatte der irgendwas mit Feuer zu tun? Ich habe zu wenig Godzilla gesehen. Oh, da fällt mir ein. Wenn das Ganze doch ein bisschen was mit Godzilla zu tun hat, dann könnte ja Queen die Mothra-Frucht haben. Mothra war, glaube ich, irgend so ein Alien-Schmetterling oder so oder Motte. Irgendwie sowas. Na ja gut. Ähm, was uns auch noch ganz krass aufgefallen ist in diesem Kapitel und zwar, man hat nirgends wo Katakuri gesehen. Perospero war da, Daifuku, ne halt, Daifuku habe ich. Doch, Daifuku war auch da, der hat ja seinen Riesen-Genie beschworen. Oven hat man auch nicht gesehen. Ähm, Flambe war da. War der noch da? Einige, einige auf jeden Fall. Waren da aus dem Big Mom Arc, aber gerade zum Beispiel Oven war nicht da. Zumindest habe ich ihn nicht gesehen in den Panels. Und Katakuri wäre ganz sicher nicht dabei. Hier ist jetzt halt die Frage, warum? Warum? War er einfach zu schwer verletzt? Da könnte man sich aber auch fragen, warum ist Perospero dabei? Ich meine, er hat immerhin seinen Arm verloren. Und ist da. Ich meine, klar, er hat ihn sich mit seiner Candy-Frucht wieder neu ersetzt, aber trotzdem war er sehr, sehr angeschlagen. Etwas seltsam. Ähm, oder durch die Niederlage, ähm, gegen Ruffy. Ja, ist er ein bisschen in der Ehre gefallen innerhalb der Big Mom Piratenbande. Vielleicht sitzt er mittlerweile irgendwie in einem Knast. Wurde gefangen genommen von Big Mom. Weil er es halt eben nicht geschafft hat, den Strohhut zu fangen. Weil er ihn hat verschwinden lassen oder entkommen lassen. Ja, das könnte man sich auch gut vorstellen. Oder, ähm, das Ganze hat doch mit Flambe zu tun. Denn sie hat ja Bilder von ihm gepostet oder Bilder von ihm gemacht. Und dann überall rum gezeigt. So, guck mal, was der für ein ugly Face hat und sowas. Boah, das wäre aber schon echt heftig. Eine echt heftige Aussage innerhalb der Big Mom-Bande. Wenn das der Grund wäre, warum Katakuri nicht mehr dabei ist. Aber, auf der anderen Seite. Es gab ja mal solche Theorien, die gesagt haben, vielleicht schließt sich Katakuri ja irgendwann in Strohhüten an. Es wäre ja so mega geil. Katakuri ist halt so ein mega geiler Charakter. Aber ich meine, diese Chance geht so, ja, Richtung G0, würde ich mal sagen. Oh, Manometer. Ja, auf jeden Fall. King als Theranodon kommt angeflogen, gerade als das Schiff die Welle hochfliegen wollte. Rammt im Grunde dagegen. Also so sieht es zumindest für mich aus, dass er dagegen rammt. Und das Schiff fliegt wieder den kompletten Wasserfall hinunter. Und dann sehen wir nur noch in dem Panel, wie Big Mom auf einmal im Meer versinkt. Und wie wir alle wissen, sie hat eine Teufelsfrucht. Uh, Wasser und eine Teufelsfrucht. Das ist keine gute Kombi, kann ich euch sagen. Tut nicht gut. Da ist ja jetzt die Frage, wie kommt sie da wieder raus? Ich meine, im Grunde die meisten aus ihrer Bande, die dabei waren, die man so offen gesehen hat, haben auch eine Teufelsfrucht. Die können sie auch nicht einfach so aus dem Wasser ziehen. Also entweder hat Big Mom sie so mächtig, dass sie selbst unter Wasser sich noch bewegen kann. Wäre eine Variante in irgendeiner Form. Oder dass wir da irgendwie was Neues lernen, wie Teufelsfrucht-Nutzer auch unter Wasser, sag ich mal, überleben können. Wäre halt schon richtig krass. Oder halt alle aus ihrer Bande, die halt eben keine Teufelsfrucht haben, springen hinein und ziehen Big Mom wieder nach oben. Wäre die zweite etwas lame Möglichkeit. Ich meine, ich denke jetzt nicht, dass sie tot ist. Das wird nicht passieren. Denn es sollte immerhin noch zu einem Kampf kommen. Aber ja, das war schon ein herber Schlag. Da kann man doch gespannt sein, wie pissig sie letzten Endes auf Kaido sein wird. Wenn sie dann doch mal in Wano Kuni ankommt. Und da stellt sich die Frage, wie geht die Story weiter? Wird es hier am Ende zu so einem riesigen All-Out-Kampf kommen? Big Mom versus Kaido versus die Strohhutbande? Also so ein wirklich Triple Threat Fight, alle drei gegeneinander? Oder wird sich Big Mom möglicherweise Ruffy anschließen, um erstmal Kaido zu vernichten und danach battlen sie sich gegenseitig? Oder schließt sich Big Mom doch noch in irgendeiner Form mit Kaido zusammen? Wollen erstmal Ruffy beseitigen und es dann untereinander klären. Da können wir wirklich mal gespannt sein, was da passiert. Eieieieiei. Naja, dann switcht die Szene wieder rüber nach Wano. Und wir sehen Trafalgar Law, Sanji, Frankie und Lissop, wie sie fliehen. Denn wie wir wissen, sind ja momentan X-Drake und Page One, zwei der Headliner von Kaidos Piratenbande, auf der Suche nach dem Soba-Besitzer, der die Leute von Kyojiro zusammen geprügelt hat. Ja, und das ist kein geringer A als Sanji. Ja, sie rennen erstmal weg, weil das Problem ist, sie können jetzt nicht einfach einen offenen Kampf starten, weil eigentlich dürfen sie ja gar nicht erkannt werden. Das würde den kompletten Plan, den sie haben, ja zunichte machen. Und das sagt Trafalgar Law wiederholte Male. Lissop hat natürlich mal wieder Angst und sagt, wenn die mich erwischen, ich sag alles über die Minks, ich sag alles über unseren Plan und scheiß auf euch, aber Hauptsache ich lebe. Lissop, du bist ein Lappen. Ganz einfach, ein richtiger Lappen. Auf jeden Fall ist es trotzdem dann so, dass Sanji sich dann entschließt, aber gegen Page One zu kämpfen. Und zwar, Page One hat einen Soba-Stand-Besitzer den kompletten Stand vernichtet und ist momentan dabei, die komplette Stadt zu verwüsten und er hat mal wieder Frauenschreie gehört. Und da kann Sanji natürlich nicht anders als hinterher springen. Er springt, springt in die Luft und kickt Page One einfach mal in ihrer Dinosaurier-Form zu Boden. Und Page One, wie ihr noch wisst vielleicht, möglicherweise, ist dieser kleine, etwas nette Dino da hinten im Hintergrund hinter X-Drake. Ja, doch, ich glaube, es ist ein bisschen größer als X-Drake in seiner Dino-Form. Ich glaube, das waren Spinosaurus oder so und die waren etwas größer als X-Drakes Alosaurus. Ich glaube, die waren sogar größer als T-Rex. So gefährlicher. Na gut, aber so gut kenne ich mich jetzt mit Dinosaurier nicht aus. Aber Sanji schafft es mit einem Kick, sie zu Boden zu ringen. Gut, man muss halt dazu auch sagen, sie steht gleich wieder auf. Das heißt, so viel hat sie an sich nicht gemerkt. Und Sanji stellt sich gegen Page One jetzt zum Kampf. Das Gute ist, Page One hat Sanji vorher nie gesehen, deswegen erkennt sie ihn nicht gleich als eines der Strohhut-Mitglieder. Und Sanji hat dabei einen sehr perfiden Plan. Und zwar will auch er natürlich nicht erkannt werden, weil er hat Angst, dass Robin und Nami dann in irgendeiner Form was passiert, wenn die gesamte Strohbande auf Wano Kuni gejagt wird. Und um sich zu verbergen, packt er, gute Junge, einfach mal seinen Raidsuit aus. Dass es so schnell geht, dass er den benutzt, ich hätte es eher mehr in so einer Verzweiflungstat gesehen. Also ganz ehrlich, mein Szenario für den Raidsuit war, Sanji ist in irgendeinem riesigen Kampf sicherlich auf Wano Kuni gegen einen, der hier am besten wahrscheinlich noch Queen, und merkt halt einfach, dass er keine Chance hat mit dem, was er kann. Weil das Okama Kennbuch von Queen wahrscheinlich deutlich stärker ist als sein eigenes. Und er ist so verzweifelt, dass er am Ende seiner Familie vertraut und halt eben diesen Raidsuit auspackt und damit Queen ganz knapp besiegt am Ende. Das war mein Szenario für den Raidsuit. Und jetzt packt er ihn halt einfach mal so aus. Sind wir also mal gespannt im nächsten Kapitel, was der Raidsuit denn eigentlich drauf hat. Ich tippe ja immer noch, dass der Raidsuit in irgendeiner Form so eine Camouflagetechnik hat. Denn Sanji wollte immer unsichtbar werden. Und wie wir wissen, diese ganzen Raidsuits sind ja etwas an den Charakter angepasst, von dem der ihn trägt. Ich meine, wir hatten hier den grünen Sanji-Bruder, der ja hier so ein bisschen auf Prolet gemacht hat. Der konnte sich dann mit seinem Raidsuit hat er nochmal deutlich mehr an Stärke bekommen. Wir haben hier den Sparking Red gehabt, der dann auf einmal coole Lasers schießen konnte. Wir hatten hier Poison Ivy. Vergesst die ganzen Namen, ey. Ich bin echt schlecht, was Namen angeht. Die hat dann halt auf einmal Gift versprüht, weil es halt mehr so ein weibliches Ding ist. Und der letzte weiß ich gar nicht mehr. Also deswegen tippe ich immer noch drauf, dass Sanjis Raidsuit so eine Art Camouflagetechnik hat. Nicht richtig wie die Unsichtbarkeitsfrucht, dass er komplett unsichtbar wird, sondern einfach nur, dass er etwas getarntes sein wird. Und natürlich wird es seine physischen Attribute etwas verstärken. Das heißt, er wird ein bisschen stärker zutreten können. Er wird etwas schneller sein. Er wird ein bisschen mehr in der Luft schweben können und solche Sachen. Aber das Hauptding wird Camouflage sein. Das sage ich jetzt in diesem Video. Macht ein Clip draus. Teilt es überall. Das ist meine Theorie darüber. Ja, auf alle Fälle. Kommen wir dann gleich zum Kapitel der nächsten Woche. Und zwar muss ich euch leider sagen, in der nächsten Woche wird es kein Kapitel geben. Es gibt leider schon wieder eine Pause. Da hat man wirklich keine Lust drauf. Das heißt, nächste Woche, wie gesagt, leider kein Kapitel. Du sagst es, Mann. Du sagst es. Naja gut, aber freuen wir uns trotzdem drüber, wenn es so weitergeht. Und Wano Kuni ist ja momentan in einem dieser Akte drin, dass die ganze Geschichte etwas rascher durchgezogen wird. Und können wir von Kapitel 931 einiges erwarten. Und ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe ihr auch. Wenn ihr das Kapitel auch schon gelesen habt, schreibt doch eure Meinung dazu einfach mal unten in die Kommentare. Wenn euch das etwas, ja, alte, neue Format gefallen hat von meinem Video, wie ich das Ganze jetzt gedreht habe, dann müsst ihr ja immer einen Daumen nach oben da lassen. Denn, falls ihr es bemerkt habt, konnte ich ja immer so ein bisschen diese Bilder und sowas einblenden lassen. Das habe ich geschafft, indem ich mir nämlich auf, oh Gott, Spiegelung der OP. Ja, man sieht es so halbwegs. Auf meinem Handy so einen Deck, Makro-Deck-Server zusammen gebastelt habe. Also, ich habe mir das Programm runtergeladen und habe halt die Bildchen reingeladen, sozusagen. Und immer wenn ich dann so zum Beispiel, oh Gott, das wird jetzt schwierig. Verdammt. Oh Gott. Auf irgendeine, ich will jetzt nämlich nicht auf die falsche Taste drücken, weil sonst stürzt das Ganze ab. Auf eine Taste drücke, eh. Dann erscheint das Bild. Und wenn ich die Taste wieder beende, erscheint das Bild auch. Oder genauso hier. Big Mom. Hey. Hey. Ja, ist ganz cool. Benutze ich jetzt immer mehr mal für meine Livestreams, auch für meine Gaming-Livestreams auf meinem Let's Play-Kanal Just Insane. Auch da, kleine Schleichwerbung. Bitte mal vorbeigucken, falls ihr meine Gameplay sehen wollt. Auch hier werde ich ein bisschen mit dem Ding hier ein bisschen rumspielen. Und habe ich einige coole Sachen mit drauf. Könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Und, oh verdammt, es wird zu viel hier reingemacht. Und das werde ich jetzt auch in diesen kleinen, ja, ich stream das Ganze ja nicht. Aber in den Videos, wo ich meine Webcam im Vordergrund habe, werde ich immer mehr von diesen kleinen Bildchen und sowas hier rein machen. Finde ich irgendwie ganz lustig, als wenn ich das im Nachhinein einfach reinschneide. Das kommt dann so ein bisschen sehr künstlich, als wenn ich hier jetzt einfach mal kurz und zack auf eine Taste drücke und das Ding ist da. Das finde ich, das wirkt einfach etwas näher, weniger künstlich, mehr echt. Vielleicht bilde ich mir das auch einfach neu ein. Wenn es euch gefällt, schreibt es in die Meinung, äh, schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch nicht gefällt, wenn ich das lieber in Zukunft lassen sollte, dann schreibt es auch in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall über Feedback sehr, sehr, sehr freuen. Und jetzt habe ich euch zu lange zugelabert. Es ist mittlerweile 2 Uhr nachts um, wo ich dieses Video hier aufnehme. Puh. Morgen muss ich ja noch früher arbeiten. Naja gut. Auf jeden Fall hoffe ich, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Und jetzt, ich kann nämlich über diesen Makrodex-Server sogar die Aufnahme beenden. Seid live dabei. Ja, live nicht unbedingt, aber seid dabei, wenn ich jetzt die falsche Taste drücke bestimmt. Haut rein. Ciao. Ich bin deixin, wir wollen.